und herzlich willkommen zu ttt mit ganz vielen leuten ja wir sind zuvor die uns aufzuzählen wikuner 999 dankeschön hallo mr van der siebersen mr van der siebersen kastrier äh exe kum und mr van der komfort mit tot irgendwie stehen die hier gerade so äh oh hier ist einer gestoppt oben auf dem schrank irgendwie hat doch kum gesagt verdammte scheiße ja in der begrüßung nein nein ist was da gibt es jetzt noch nee hier ist van der gestorben hier was steht ihr da so in der ecke hier leistet kum gerufen ich hab kum gebracht weil ich dachte irgendwer hat kum gerufen wie er da rum steht ey der hat sich aufgehangen ja wo krass ja ja er hat jetzt erstmal voll einen abgegeben der hängt da oder fieber oh was war das okay er schien doch ähm sorry ey hier hat einer eine granate nico hat eine granate hoch nico hat die granate hoch nico hat der granate hoch nico hat sich animiert und nico hat sich mehr starten das ist der der unten in der schublade jetzt ist ja gut unter dem bett ich hab in dem bett ok ich hab nichts auf distanz den kommt mal zu mir ans bett meine freunde nico hat der garris mod geht wieder im bett sagst du ja ist da eben in die schublade reingesprungen soweit ich das gesehen habe ach quatsch erzähl doch nicht ne das gleiche macht komische sachen jetzt nicht mehr oh da ist er doch abend hätte fast auf dich geschossen ja das kräftige wahl das Prozent war ja gut fick dich du kleine Mistgeburt ich habe mich auch in den Angriffen aus Versehen hast du mich getötet in fünf Seiten hast du mich aus Versehen getötet das war Selbstverteidigung doch das war Selbstverteidigung ach gut ja Kevin guck mal den Taktik war noch nicht weg also fick dich mal ganz kurz weg du warst du hast getrunken okay Axe ist weg wenn er nicht da ist und mir ging dann darf ich ihn weg machen ja wunderbar mach ruhig was mich ich will warte warte am besten du musst sofort abdrücken dann musst du mit der schnell ist ja wie auf Toilette wo ist er denn das sage ich nicht ich mach ihn dann einfach weg äh nein ich bin ich bin beim Fernseher kloppen sie sich so bin wir jetzt wirklich oh ey Mensch oh nein nein nicht Kastrierer töten ja klar ich wusste es doch Niko ich geh kurz auf Karte wer jetzt Kastrierer tötet ist äh wird getötet wer schießt auf Niklas bist du aufgebraucht mann Niklas bist wieder da ja nein ich meine anderen Kastrierer wie war das Schlaf wie war das alles was von mir wie war was du bist im Spiel aber tust nicht ich komm nicht hoch hallo Mr. Wanwa hallo ich komm wieder runter ja komm mal erst mal runter ey hier ich komm runter ich komm runter ich will nicht nein ich bin zweier auf wann war sch wann mal wieso haben wir zwei E-Tech Alter warum verfolgst du mich ist voll das Chaos gerade warum Chaos hey Gumm schießt Gumm okay ja wieso Gumm ist tot Gumm ist tot Gumm ist tot Gumm ist tot ey ich werde angesnipet ich werde angesnipet Silent Sniper oh Kastrierer ist wieder unter dem Leben denn Silent Sniper Silent Sniper ja aus dem Schrank wahrscheinlich äh ich hab Gumm killed Silent Sniper ich bin fast tot okay Niklas ist tot wow nein war wirklich nicht ne ich hab nur 20 HP bist verrückt achso sorry weiß nix also ich wurde angeschnipet von der Silent Sniper ich wurde vom Gumm angeschossen du weißt nicht genau wo ne er kannst mich heilen Detective nein ich wurde äh ich wurde angeschlossen von der Silent Sniper gerade ich hab ne Schüsse sogar gerade wenn du mir deine Innozizität ja erklär mir deine Innozizität und ich mach das ich hab 20 HP ich wurde mitten offen angebracht okay und jetzt das Argument für die Innozentität danke wer hättest mir auch hätt's ja um portable medkit holen können aber mach mal fähig hier ja ich bleibe ich doch drum mal weg da haa oh nein da fallen Menschen wie bei Lemmings oh oh kennt er noch Lemmings nein gut das Spiel war geil das Spiel ist hier eine Lebenseinstellung einfach immer hinten nach wer immer hinten kommen kenn ich sag dir hinten nach was kennen wir ich hoffe ihr meint das Spiel mit den grünen Männchen ja ja natürlich die alle aus dem Fenster springen wir sind so süß achja bin ich auch ne ne du bist auch was was tust du ne du bist blau ne ich bin nicht blau ich kannst du in dem Schrank is hier man ich bin bloß für grünes ich hab mich hier gerade versteckt ich bin von unten hier das Ding hoch gekommen hier unten hier steckst du dich ich komm ey shit ey ey shit ey ach du scheiße was ist denn los nix boah warte ich hab dafür einen Niko hier wird gesnipert irgendwo ey hier wird gesnipert auf mich ja auf Niko wird geschossen auch irgendwo oh Aua warte ich hab den passenden Baschen dafür ich hab gerade schön Falschaden gekriegt Niko aber halt mal drumherr hat mir das mal gleich gesagt drumherr ist es nicht muss irgendjemand wirklich hier nach oben sein wer ist denn da oben hingegangen mit der mit der haben das Bezorger und das Gelächter aber ich bin runtergefallen auch in der Ruhr wir sind beide lebt er auch in der Nähe des Nieders ich vertraue dir mehr als Niklas Anikastriera ist ja Detektiv also es ist mehr hier oder da wo kommt man wo kommt auch noch sein ob sie sehen es macht so ich bin vollgegeben der Unterhaltung der Einstatt kann sie das war das ist die hier ist die ich nicht darf ich mich auch heilen warum ist sie komm nicht heilen war er hat mir auch noch was von mir geht es kein dätener er weiß nicht wahrscheinlich haben wir gerade die beiden traiter war einer von denen einer von in einer von denen oder der nicht da ist mehr und drüben ich habe ich echt erwarte in kastriere ich komme kurz ich darf ja ein spiel ist jetzt ein lebenspunkt wo der diete kommt der ist will er er spricht man mit sich selber ich bin aber wo ist es nicht dauernd das ist das es ist jungen er hat hier in der schublade steckt ihn doch nicht gleich in die schubladen er wird die romein mir wurde doch gesagt mpdp oder er ich bin ja ich glaub die sowieso ja und was ist mit navocca weißt du die nimmt gleich in der jalla und dann sind wir alle weg alle glaube ich auch das dauert so ewig an dieser helftstation ja doch heidig doch nico du schwein und nico will mich nicht wiederbeleben nein das sind c4 ja hat auch geklappt und ich vertraute nie wieder nein ja niemals nico vertrauen wenn er andere leute beschützt also mit jahren nachdem ein paar was ich auch so was von mir anhört die leute ich bin aber sein wirst du es weg also sind aus der gesunde jeder aus dem neues video das ist in der Welt nahe er hat ich bin ich bin ich bin alle anderen mögen das beim ersten der runde habe ich das 3 Hedges zu geben also Niklas Niklas von Lenz Sings und der ist nicht gestorben. Ach stimmt, www.youtube.com Ja das schmackt manch ein bisschen rum, dasselbe hatte ich auch glaub, dass man mit der Liege... Abonnieren, kleinen Spaß. Man muss halt dabei, wenn man Hedges macht, immer auf die Person achten. Ob da was im Kopf ist oder ob nicht. Also bei mir ist das... Mein Mann. Hast du dir, hast du es am Wald? Nicht, ich... Eigentlich kann ich dich ebenfalls fragen. Ja, wenn du mich an mir siehst, ne? Ich trau dir nicht. Ey, der ist mir tot! Was? Oh, ich bin mir tot. Ah, der muss ja runtergefallen sein. Nein, Detective! Ach, Drummer! Drummer ist tot! Der wurde mit einer Sniper getötet. Was? Ist das die zweite Runde, ne? Kastrierer war es nicht. Weißt du, ich bin bin. Wo steht immer noch, was da unten so steht? Hallo Niklas oder Niki? Hallo, wie gehst du hier bitte rum, Kreeves? Jetzt wird sogar shoppen gehen. Niklas oder Niki? Warte. Ja, was ist mit mir? Niklas, was du? Hi! Leute, wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Stimmt, wo ist die Leiche? Was machst du da? Ganz unten. Und dann? Was machst du da? In der Ecke. Niklas! Kastrierer schießt auf jemanden! Ja, okay, schütte mich, schütte mich! Ja, Kastrierer schießt auf jemanden! Ja, auf mich hat er die ganze Zeit. Und jetzt guck, ob ich das bin! Guck, ob ich das bin! Ja, er war Inno! Boom ist es! Boom schießt auf mich! Boom schießt auf mich! Wo ist Coom? Boom! Boom! Okay, gut! Ach Leute, was macht der denn immer? Lebst du noch? Wow! Boom! Ich hab' nichts seh' Jetzt mal die Brille wieder aufsetzen. Hallo, Franky Bee! Ja, ich mach mich jetzt auf die Suche nach Gumm und Isnaill! Und zum Klammern, um zu den Geyerleinen. Alter, das war nicht der Schöne, das war nicht der Schöne, das war nicht der Schöne. Ah, war genau, Fertig. Eh, Gumm, Isnaill, eh, also Gumm, Isnaill. Warum nicht? Gumm ist in meiner Erlangen. Aber was jetzt passiert ist? Böse, Fräschheit hier. Was bin ich? Wo bin ich? Äh, ich meine, er... Wow, Niklas, ey. Ey, Niklas, hast dich ein bisschen erschreckt, hm? Erschrocken. Geschubst dich. Lol, Niklas ist weggesniped. Wie? Äh, wer hat Niklas weggesniped? Ja. Nein, was ist das? Ach, Echsa. Äh. Oh, Mann. Das war doch eine schöne Rolle. Der schlägt einfach mal Niklas. Karl, hab ich ganz am Anfang schon getötet. Ja, das wär doch toll. Hab ich mich dann getötet? Alter, das war mit einem Wachstum. Oh, Mann, Mann, Alter. Hattest du C4 im Schrank, oder was? Nein, ich hab die Schraube geworfen. Ah, hier? Ja, das Ding ist... Ich hab ja nichts gehört. Ich dachte, das wär ja ein Assign-Sniper dann. Ne, weil ich... Gerade in dem Moment bin ich da irgendwie zum Fernseher... So solltest du nicht denken, Kevin. Ich schon. Aber, Kuhn? Du. Ah, du bist dann nicht gestorben. Ah, wann war ich aber auf dem Fredschirm? Oh, Mann. Echt? Der war mal scheiße. Der war mal scheiße. Der war mal scheiße. Ja, ich suche aus, dass du da reinläufst. Perfekt ist. Hab ich gemerkt, wie ich da reingelaufen bin. Du bist aber schon vorbeigewesen, oder? Ja, aber gut. Du weißt auch nicht. Werder bin ich, dass du als erstes. Ich dachte, der kommt dann perfekt im Endeffekt. Ich gebe dir vor einen Headshot. Ja, gut. Dann wissen wir, wenn du, äh... Ja. Ja. Und mit wem bin ich nicht? Ach, mit Griebel? Nee! Das hat mir gut ausgesetzt, was Kastriya geschossen hat. Hallo Nico. Hast du Angst? 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 Hau doch einfach ab, Mann. Ja. Soll man Therapie anfangen? Komm. Erstmal Vertrauens. Komm her. Vertrauensübung. Komm her. Schubsen. Was? Schubsen? Echt? Ich hab das Gefühl, Navuka tötet mich gleich. Wo bist du denn? Hey, wir hatten... Oh, wir hatten... Oh, wir hatten eine Disco-Güte. Schubs dich. Oh, nein, das war ne... Oh, die... Oh, die war ne geflucht. Ach, mein Gott. Wer war denn das? Navuka. Er kam 0. Jawohl. Noch jemand. Ich war das. Wo? Äh, Niklas? Nein. Da hat einer reingeschossen. Wieso wird gesagt, dass ich das bin? Das war ne Frackronade. Nein, nein, nein. Das war für der andere, Niklas. Ich? Nee, ich mein... Wabbelkicks. Der ist ja grad rausgekommen. Hier ist ne Frackronade explodiert. Ich hab hier ne Disco. Guck, das ist ne Disco. Ja, du hast aber grad eben ne Frackronade geworfen, oder? Wer ist das hier gut? Gefallen, ne? Ich brauchst dir nicht zu ne Frackronade zu werfen, aber das kannst nur du gewesen sein, oder? Ja, weißt du denn, du bist gefallen. Das warst du, oder? Ey, ich schieß... Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf ihn schieße. Warum darf ich auf ihn schießen? Weil er ist der ja geboten Frackronade. Nee, nee, ich weiß nicht mehr, was die Situation ist. Also nein. Nein! Nein! Was ist Kastriera? Was ist Kastriera? Reaktionszeit. Warum bist du? Ich, ich vertrau dir. Ich hab doch keine Ahnung, was hier los ist. Nee, nee, Niko nicht. Niko! 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 Ja, Niko! Keine Arwe-Action, Niko! LOL! Warte, ich hab die Taube übrigens von Dings aufgesammelt. Niko wurde durch ne Bombe getötet? Kann der Taube aufsammeln? Ist hier einer? Ja, ich hab die Taube von Dings aufgesammelt von Niklas. Der hat sich ja auch... Ich und der Bock haben ja grad auf Niklas gedingt. So, wer lebt denn jetzt noch? Warte mal, was stand da? Warte mal! Das musst du sein! Du musst sein! Warte, 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 warte! Es ist Kastriera! Warte! Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ich wollte Exe erschießen! Hey, ich hab die Taube schon gesagt. Ich hab die Taube schon gesagt. Schnell runter! Komm mal, mal die Taube, was ist denn? Denk, komm, mal die Taube! Hier vorne. Warte, ich hab die aufgesammelt von Niklas. Ach, da! Da waren die. Das war so nett! Ey, wie heißt denn eigentlich dieser Vogel? Die sind so viele, die auch haben, halt. Und wenn wir gehen, ganz unten. Wenn das Industrie, dann geht mal ganz so aufzuletten. Aber Niklas, das zugehalten. Niko, sowas sagt man nicht vorher, wenn du nicht so gehst, dann wissen wir das. Außerhin sagt man nicht, ich gehe auf die letzte, sondern ich gehe mal kurz die Hände waschen. Das ist mit Absicht so. Ach Gott, ey. Was ist zu Pw? Äh, ja, wann war. Ganz genau wann war. Wer sagt noch zu seiner Mutter, äh, zu seiner Mama Mutter? Ja, ich? Mutter. Mutter. Nennen sie immer beim Namen. Mütter. 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 Die Chance. Das ist so langweilig. Stell dir vor, meine Mutter würde Maria heißen. Das würde auch perfekt passen, Mutter Maria. Ich kenne jemanden, dem seine Mutter so heißt. Siehste? Das wäre doch episch. Die ist tot. Null. Wäre er die Mutter oder jemand anderes? Mutter. Ach, die Mutter. Die Mutter ist tot. Ich werde Sonnenssniper. Exe! Exe hat auf mich geschossen heute. Wo ist der? In den Büchern wieder. Okay, im Bücherregal. Ja, das klingt schon ziemlich nach Echse. Okay, im Bücherregal. Ja, der hat doch gesagt! Ja, es ist doch ich ein Echse. Ja, ja. K.O.S. Das erste Mal, das ich sage im Let's Play. Hilf mir! Komm mal! Wo bin ich denn hier gelandet? Wo bin ich denn hier gelandet? Wo bin ich denn hier gelandet? Wo seid ihr denn? Ich töte ihn! Ey, ich bin im Team-Boom. Nicht? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, ich weiß nicht. Ich gucke nur, ob er da ist oder auf der anderen Seite. Wo ist denn? Ich war doch gar nicht drin, ey. Der ist auf Feuer. Wo haben wir denn hier? Warte mal. Der ist mir zu heiß. So, jetzt aber. Hallo! Ne! Go! Go! Wo bin ich denn hier gelandet? Wo bin ich denn hier gelandet? 100 HP würde ich mir sagen. Wer ist da? Nein! Nein! Einen habe ich! Jawohl! Okay! Alles klar! Krass Trigger, wo hast du denn wieder gesehen, dass ich auf dich geschossen habe? Ich habe auf... Ich habe eins, zwei, drei... Drei Leute gesniped. Ne, ich habe auf... Den anderen nicht gesniped. Das ist 6 HP. Ja, egal, der Schuss ging über den wir... Ja, dich habe ich aber nicht... Ich habe dich gar nicht mal gesehen. Doch! Ich habe mit dem Sniper ganz am Anfang. Achso. Wer hat mich eigentlich so viel weggemacht? Ich? Direkt am Anfang. Voll besser! Aber Kuma hat auch aus derselben Richtung gesniped. Warum ich auch gesniped? Echt so viel, bis du dann draufgegangen bist? Ich bin überhaupt nicht draufgegangen. Ich habe noch überlebt. Achso. Ich habe es überlebt. Ich bin einfach abgehauen. Ich habe irgendwie Hunger. Das hier hat mich nicht einmal getroffen. Und lass dir von Wanda... Äh... Nudeln mit Pesto! Ne Pizza machen. Boah, ja ne Pizza auch. Ich habe noch ne Pfanne hier. Ne sauber. Ja. Ja. Das war die besten Pizza einfach. Eineinhalb Stunden waren hier im Ofen. Lecker. Eineinhalb Stunden. Ja wie gesagt, meine Pizzen sind immer 20 Minuten in der Pfanne. Kastriere hat mich schon wieder. Aber das schmeckt doch gar nicht eigentlich. Doch, das schmeckt! Weil durch die Hitze wird der Boden ja knusprig. Und oben das Zeug muss ja nur warm werden. Wer denn? Alter! Hier, hier! Grievous! Was? Das stimmt überhaupt nicht. Alter, du Arsch! Wer ist es denn jetzt? Grievous! Grievous okay. Nein, da steht ja die ganze Zeit rum. Grievous! Was ist das? Ich habe zwei Skogen oben geworfen. Wo war der? Wo war der? Oben! Nein, ich bin runter gesprungen! Ach Mensch! Ey, wie schießt denn auf mich? Drummer schießt auf Grievous! Drummer schießt auf Grievous! Na, ich denke, du schießt auf mich! Ja, einer kommt auf Grievous! Ja, einer kommt auf Grievous! Ja, cool! Da musst du sein! Warum hab ich zu schießen? Ja, da musst du ja sein! Ja, da musst du ja sein! Ey, Grievous! Setzt sind sie so geblieben! Ach, doch Grievous! Ne, wieso stehst du da so? Also ich habe... Al, was? Doch Grievous! Und es hat jemand ein Friendship auf mich geschossen. Echse? Welcher? So, Niklas, ich bin proven, ich habe Grievous getötet. Der ist hier. Okay, bist du... Bist du verletzt? Kannst du mich heilen? Ey, Nabuka! Ne, doch nicht! Ähm... Miko, okay. Wo ist er? Äh, unten bei dem LKW! Was? LKW unten! Ich glaube, ich habe ihn! Bitteschön, Goom! Achso, du bist da! Sorry, sorry, sorry! Ja, ja! Und ich kann dich heilen, warte! Warte! Uh, du hast ihn, dann ist es... Nee! Kannst mich heilen jetzt? Wieso ich? Ja, weil du der letzte bist! Portable Mad Kid! Glaub ich nicht! Glaub ich nicht! Oh! Nochmal! Nochmal! Immer noch! Einmal noch! Einmal noch! Du hast doch genug Leben! Nee, ich habe 94 nur! Mach nochmal! Haben sie meine Kollegen ja gemacht? Also, es ist... Ja, schon tot sind, ey! Ach, das Medi-Kit, das heilt sich selbst wieder, dass man es öfters benutzen kann! Jo! Achso, ich habe gedacht, dass ein... Äh, kannst du mir sagen, wo es ne... Äh, ne Gucci ist! Hast du es ausgetauscht, denn vorher war das doch... Äh, Nabuka lebst du noch? Vorher war das doch ein anderes, dass man irgendwie nur etwas... Was... Paarmal... Eines hat, was Mehl, weil es 25 hat! Deswegen wollte ich nicht alles auf dich machen! Also, es ist Snail übrigens! Boom kann ja leider nicht sagen, wo er ist! Äh, das glaub ich nicht! Das glaub ich nicht! Das glaub ich nicht! Boom! Boom! Kann nicht reden! Ist das Problem! Nein, ich meine, ob er irgendwie den Traitor beiseite schaffen kann! Äh, ich weiß ja nicht! Ich weiß nicht, wo Snail ist! Das kann er nicht! Das kann er nicht! Hey, Boom! Hinter dem, äh, Bett ist doch so eine Ritze, wo alle weg sind! Kannst du das da... Kannst du den da reinschmeißen? Ähm... Wer le... Hast du einen Radar? Hast du einen Radar? Hast du einen Radar? Hast du einen Radar? Boom! Kannst du nochmal zu mir kommen? Hast du einen Radar? Nein, hab ich nicht! Ich hab mir jetzt... Boom, kannst mir zeigen, wo er ist! Weil du weißt es ja anscheinend! So! Boom! 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 Ich bin jetzt... Ciao! Ciao! Ciao.